hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge leben auf dem bauernhof ich muss jetzt mal gucken wie ich das ganze zeug hier hochkrieg an mein hof ich hab noch ein da habe ich noch ein mähwerk ich habe auf jeden fall noch eins zwei drei vier fünf fahrten habe ich noch vor mir ich würde sagen ich fange mal mit dem jahr an falscher gang drin ich gucke dass ich alles so schnell wie möglich hochkrieg und dann dass wir morgen nämlich auch anfangen können irgendwas zu arbeiten weil irgendwie muss ich mal dann auch demnächst geld verdienen was habe ich jetzt dran ich glaube die ballenpresse gar nichts lol das ist ja ist ja schon mal super gar nichts dran nicht angekoppelt oh man gut und es gibt für euch was positives ab heute bis nächste woche inklusive nächste woche mittwoch könnt ihr jeden tag eine folge weichen um 15 uhr schauen das wird euch denke ich gefallen weil das projekt kommt relativ gut an ich bin sogar überlegen ob ich mir nachher drüben vom hochrad so ich bin gerade schon losgefahren ohne dass ich was angehängt hatte zwar ein bisschen doof warum hast du ein schwader ja steht glaube ich schon bei mir oben am hof also sonst käme ich jetzt vorbei würde dir helfen beim hochfahren ja könntest du mir danach vielleicht helfen meine wiesen zusammen zu schwadern kriegen wir hin weil mit meinem dauert das ein bisschen lange beim händler steht noch was steht noch ein jd mit frontlader und bist du das hat mich gerade einer komisch angehubt ein jd mit fass mit fassen sonst steht da nichts mehr oder was hier steht noch einiges steht da noch ein massey unten eigentlich alles was da steht gehört mir außer der der komische kran dafür den mist ok ok gut dann schnappe ich mir was und fahrt hoch ja wo soll ich denn hinkommen im schwadern zum reiterhof zu machen da hinten wo früher der gumpic war genau da wo der zuletzt war ja komme ich dann direkt rüber weil jetzt fahr ich eine ladung hoch und dann komme ich ok dann machen wir dann mal tschüss gut dann helfen wir damit dann eine hand wäscht die andere ich weiß auch nicht wer der der komische tippe der auch schon hier der mich da angehubt hat so vielleicht war das der von dem hof hier da ist doch noch ein hof wo das zeug alles rum stand am anfang von dem hier vielleicht war der das habe ich überhaupt ein schwader ich glaube schon nicht dass ich dem jetzt was versprochen was ich mich halten kann und ich meine ich habe ein schwader bestellt gehabt so 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 es ist schon immer ein ganz schönes stück hier hoch ne ich bin ja fast am überlegen ob ich mir noch so ein fast truck oder sowas besorgen soll so 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 aber ich bin ja schon immer recht lange unterwegs weil ich bin ja schon immer recht lange unterwegs so 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 rom so 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 Aber ich meine, ich habe schon einen gekauft. Nee, habe ich doch keinen. Muss ich gerade mal die Fahrzeugbriefe durchgucken. Oh, Mist. Hallo? Jo, Karl hier. Jo. Ich habe gerade mal die Fahrzeugbriefe durchgeschaut. Ja. Ich habe doch keinen Schwader. Ja. Aber warte mal, ich weiß nicht, ich kenne den nicht, aber da ist unten, vorhin wo ich dachte, dass du das warst, da war ja noch irgendeiner. Vielleicht hat der ja einen. Ey, es fällt immer einer mit dem Johnny rum, ne? Ja, eben. Das habe ich zuletzt auch auf dem Feld gesehen. Ja. Warte mal, ich fahre jetzt nochmal runter zum Händler, vielleicht sehe ich den, dann haue ich den mal an. Jo. Also. Ich komme aber, äh, wie sehr ab dem Thielen hier hoch. Ja, ich komme runter. Aber ich bin noch, äh, ziemlich weit oben. Okay. Vielleicht sehe ich dich ja. Bist du bei dem, äh, einen Hof da schon, beim Nagelbauer schon vorbei? Äh, ich bin jetzt hier bei diesem einen Hof, wo der Anhänger draußen steht, auf der Wiese. Ah ja, okay. Dann treffen wir uns genau in der Mitte. Gut. Äh. Gut. Dann bis später. Bis später. Tschö. Tschö. Na. So, dann müsste der da unten gleich ins Eckgeschossen kommen. Ah ja, da unten kommt er. So, vielleicht sehe ich den da mit dem John Deere nochmal. Dann frage ich den direkt, ob der einen Schwader hat. Dann klappt er, ob der ein Schwader hat. ... ... ... ... ... ... ... Hm, keiner da. Mist. Der war ja da unten mit einem Flug unterwegs. Aber wo ist denn der hingefahren? Hätte ich ihn doch vorhin anquatschen sollen. Ah, da ist er. Äh, hallo? Hallo? Äh, 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 äh. Sie fahren das selbe Fahrzeug wie ich? Das ist ja schön. Schön für Sie. Ja, gell? Finde ich auch. Ähm, Entschuldigung, doofe Frage. Aber haben Sie einen Schwarter? Doofe Frage. Können wir auch erstmal höflich sein und nach dem Namen fragen? Ja, wenn Sie unbedingt wissen wollen, wie ich heiße. Ich bin der Karl Gutberg. Freddy Zwerger. Freddy Zwerger. Kommen Sie von hier? Keine Ahnung, ob Sie mich kennen. Ob Sie von hier kommen? Ach so. Dann muss ich auch noch Hochdeutsch reden. Das ist auch nicht wirklich das Beste. Ja, ja, die Dinger sind halt ein bisschen lauter, ne? Ja, direkt da oben. Ach, Sie sind der. Auf den Drescher müssen Sie mal ein bisschen Acht geben. Der ragt in die Straße rein. Wenn da einer hängen bleibt, weiß nicht, ob die Versicherung das zahlt. Wenn man gut fahren kann, dann läuft das schon. Hm. Hm. Äh. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Mein Kumpel, der Leo, äh, ne, der Udo, der braucht einen Schwarter. Jetzt, äh, habe ich gesagt, ich hätte einen, aber ich habe doch keinen. Jetzt dachte ich, wenn ich mal hier jemanden sehe, wir haben sie schon häufiger gesehen, aber wir wussten nicht, wer sie sind, da dachte ich, da frage ich mal nach. Ich habe einen Kreiselschwarter, mehr habe ich jetzt. Ja, der ist besser wie keinen Kreiselschwarter. Ja. Äh. Kommt drauf an, entweder, entweder, äh, ein Kreiselschwarter oder ein, so, wie, wie heißt das Ding, ein Rechen. So ein Bandrechen. So ein Bandrechen. So ein Ding auch noch fest. Weil der hat, glaube ich, irgendwie, warte mal, ich rufe den mal gerade an. Hallo? Ja, du, Udo, äh, ich habe jetzt hier den Mann da, äh, den Mann abgefangen. Ähm. Der sagt, der hat ein Bandrechen und ein Kreiselschwarter. Okay. Äh, wenn wir jetzt zu dritt auf dein Feld gehen, reicht dir die Zeit dann noch? Ja. Äh, haben sie überhaupt Zeit? Hallo? Ich hatte vor, eigentlich heute Abend noch zu mähen, aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es heute Abend nicht. Ach so. Weil der Udo, der müsste heute noch, äh, schwaden. Sonst, äh, hat er ein Zeitproblem. Der sagt, der Wetterbericht wäre schlecht. Ja, weil ich muss das, äh, Gras reinkriegen. Ich muss die noch pressen. Oh, ja. Oh, mein Handy. Oh, ja. Also mein Handy sagt auch was Schlimmes. Ja, deshalb, wenn sie Zeit hätten, dann würde ich gerade zurücksetzen und, äh, bei ihnen noch was abholen. Dann könnten wir rüber. Der ist auf dem Reiterhof. Oh, das ist, das ist doch A. Und der müsste hier, glaube ich, auch, ich höre schon was brummen. Ah, da drüben kommt er. Äh, Udo, mach langsam, hinter der Kurve, da stehen wir. Ja. Äh, und das ist jetzt aber auch nicht so ein grünes Viech, oder? Äh, doch, das ist, äh, Moment, ich muss mal gerade gucken. Oh, warte. Äh, das da hinten ist meiner, das da ist der vom Händler. Ja, genau. Was ist denn hier? Ist die Treffen, oder was? Er hat schon ein Tiertreffen, ja. Jetzt gucken wir mal, das ist ein 7810. Das ist ein 7810. Und das hier auch. Ha, sehen Sie mal. Äh, aber, äh, wie läuft's denn mit der Zeit? Ja, würde gehen. Okay, äh, Udo, äh, holst du dann, ähm, mit dem Herrn den Schwader ab und mich beim Händler? Kann ich machen. Weil ich müsste, äh, irgendwie mitfahren. Ja. Wenn das gehen würde. Äh, ich hab einen Unitrack unten stehen, ich weiß nicht, vielleicht geht er da. Äh, ja. Ja, okay, dann treffen wir uns beim Händler gleich. Okay. Äh, vielen Dank schon mal, Herr Zwerger. Ja, bitte, bitte. Das Telefon war noch an. Tschüss, gleich. Tschüss. Oh, da warte mal, ich fahre direkt. Ich fahre direkt zu dem nach Haus. Hallo? Äh, ja, Udo, ich fahre direkt zu dir. Ja, mach das. Gut, bis gleich. Tschüss. Achso, wer... Jo? Äh, kannst du erst zum Händler fahren und den Unitrack, mit dem Unitrack hochfahren? Hast du da noch was, mit dem ich schwadeln kann? Ich bringe ja den Traktor hier mit. Ja, und du? Mit dem Schwader. Ich hab ja einen Schwader, nur einen kleinen hab ich. Achso. Ja, kann ich auch machen. Äh, was mit dem Schlüssel? Äh, vorne auf dem Vorderrad links. Okay, gut. Mach ich. Gut. Tschö. Tschüssi. Es wäre ja jetzt zu schön gewesen, gell, wenn wir hier zu dritt mit drei John Deere da geschwadet hätten. Aber naja. Darf ich mal das kleine Ding da erfahren? Aber in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut mal um 15 Uhr gerne wieder rein. Da gibt es diese Woche ausnahmsweise die nächste Folge. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.